Oh Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit dabei ist der liebe Tobi, der auch nur 6 Stunden spät da war. Leute, warte, um mich kurz zu entschuldigen, ähm, Leute, ich kam heute bei Revi an, er hat gesagt, wir nehmen um 10, 11 Uhr auf, weil wir den neuen Sniper austesten wollen. Die neue Sniper, die Kamera, dann nicht, das heißt, ich bin trotzdem zu spät gekommen, 2 Stunden, ich hab verschlafen, ich entschuldige mich vielmals. Okay, an der Stelle, Tobi, sei dir verziehen, ich bin froh, dass du dabei bist, Schatzi. Leute, wir werden heute gemeinsam ein kleines NoScope-Battle wieder starten, wir haben auch überlegt, wieder eine neue Struktur zu bauen, und dazu kommt aber dann die Tage nochmal mehr, da gibt's nämlich noch wunderschöne Vorschläge aus euren Kommentaren. By the way, falls ihr es noch nicht gemacht habt, meine Freunde, abonniert auf jeden Fall den Kanal, kostenloses Abo ist da, meine Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir beide gehen jetzt erstmal nach The Built-It to Bowers und machen da nochmal richtig, richtig, richtig fett leer, denn, Tobi, wir brauchen richtig viele Bounce-Pads, Digga, wir brauchen richtig, richtig viele Bounce-Pads. Ich geh nach Places und suche Bounce-Pads, ja? Genau, Digga, wir brauchen Lamas, wir brauchen alles auf der ganzen verdammten Karte, Digga, und am besten finden wir sogar einen Automaten für Bounce-Pads. Wow! Meine Freunde, wir haben vor, ein riesiges No-Score-Battle, einer riesigen No-Score-Arena zu machen, meine Freunde, quasi in einer riesigen Bounce-Castle oder sowas, und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie geil das dann wird, denn, ihr wisst ja vielleicht, dass wir sowas schon mal gemacht haben, hier oben rechts gibt das Video nochmal zu sehen, by the way. Ich würde sagen, meine Freunde, wir gehen erstmal hier hin und reißen vom Let's The Built-It erstmal ab, denn, ganz ehrlich, alles, was ich hier sehe, stört mich. Und dann, meine Freunde, können wir das von da aus direkt weitermachen. Ich mache jetzt erstmal hier unten alles kaputt und dann, meine Freunde, können wir uns quasi schon dem großen Arena-Bau widmen. Wird auf jeden Fall wieder richtig, richtig groß werden, das kann ich euch nicht sprechen, denkt mal, so 20x20 muss das Ding auf jeden Fall haben. Und ich habe auf jeden Fall Bock, das Ding richtig, richtig krank zu bauen, vor allen Dingen sollen in die Mitte nochmal vier Jump-Pads oder sowas hin. Hände auf den Boden! Was war das? Was ist das? Alter, ich hoffe, das ist die Polizei. Die Minecraft-Polizei? Warte mal. Wir sind die Minecraft-Polizei. Alter, das ist die Minecraft-Polizei. Tobi, 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 raus in dem Zimmer, 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 raus in dem Zimmer. Tobi? Tobi? Scheiße, Alter, die Minecraft-Polizei ist bei dir, Alter. Tobi? Oh, mein Volk, jetzt haben wir dich hier. Hilfe! Jetzt haben wir dich hier richtig dumm einfach. Jetzt haben wir dich hier. Das sagen die immer, wenn die mich haben. Ja, man kennt die Minecraft-Polizei. So, Tobi, ich glaube, Platz ist hier gleich genug. Wie viele Bandsplätze wären denn in deiner Meinung nach genug? 100, ja. Wie viele hast du? 18. So, jetzt können wir ja schon anfangen mit dem Bau der Arena des Todes. Alter, das war nicht so cool. Das war nicht so cool. Ich hatte hier richtig Angst gerade, wirklich. Das war so richtig gut. Oh, Mann, aber ich finde es auch nett, dass du mir immer so Feedback gibst, den sag ich nicht mache. Danke wirklich, also das ist auch wichtig. Nee, danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke mir. Danke dir. Das hast du quasi dir dankst. Dir dank. Was? Gute, ich würde sagen. Wände hochziehen. Stahl rein. Und Wände hochziehen, Stahlwände, so 4 Meter hoch, die Stahlwände. Aber ich würde noch nicht die Bandsplätze machen, ne? Nee, am Boden noch nicht. Ich kann die schon mal an die Seiten machen, oder? Nein, 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 sonst stört es ja. Die am Boden kann ich aber schon mal setzen. Ja, wenn du willst. Alter, es wird so heftig. Das wird heftig, das sag ich euch, Leute. Das sag ich euch, Leute. Ich sag's den Leuten. Ich sag den Leuten. Aber ich hab's ihnen gerade schon gesagt. So, das wird heftig. Haben wir beide recht. Okay, wir haben's beiden gesagt. Oh mein Gott, Leute, schaut euch das mal bitte an. Holy Maccaroli. Maccaroli, nicht Maccaroni. Ja, ich hab's gehört. Chips-Cola-Facts. So, jetzt kannst du dich auf die Fägen schon mal welche draufsetzen, Digger. Boah, Digger, was? Alter. Ist ja mal ultra geil, Leute. Ultra geil, lol. Ist ja geil, lol. Alter, das ist so schwer, jetzt an die Wände da was zu setzen. Find ich du. Ja. Und man kann dir die ganze Zeit quasi am AFK idlen hier, weißt du, was ich meine? Ja, außer halt hier, weißt du. Außer halt dieser einen Ecke, ne? Alter, okay. Tobi, geh in die andere Seite. Warte, ich muss dir das dein Gewehr geben, oder? Okay, nice, geht her. Nee, Gewehr. Warte, oh Gott. Drop, 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 drop. Ja, ich hab gedroppt. Munition liegt ja auch irgendwo. Alter, es wird so schwer, es wird so schwer jetzt aufzunehmen. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, okay. Ich geh in eine Ecke und du gehst in eine Ecke, ja? Warte, jetzt ist es schwer, in eine Ecke zu kommen. Findest du? Ja. Aber ich glaub, richtig springt, dann geht's ganz gut. Ja, jetzt geht's schon. Au, echt nicht gestorben. Okay, Leute, unser riesen Jump-House ist auf jeden Fall fertig. Schau dir das Ding mal bitte an. Richtig, richtig heftig auf jeden Fall wieder. Hier, 200 Jump-Heads verbaut. Tobi hat auch keinen, das ist mehr übrig. Genau, hä, ist genau aufgegangen, oder? Stimmt, ich glaub schon, ja. Hä, warte mal. Okay, nice, 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 200 Jump-Heads, Leute. Oh mein Gott, ich bin aus meiner Ecke rausgegangen. Oh nein, das waren viele. Nein, Digga, nein. Und jetzt gibt's erstmal ein richtig fettes Nose-Core-Battle. Ohne, natürlich, Leute, wie immer, natürlich ganz hardcore, ohne irgendwie mit Schilden und sowas rumzuhantieren. Ohne Zwicken aber auch. Ohne Zwicken, ohne Beißen, ohne Kratzen, Digga. Auf geht's, Jungs. Los geht's. Digga, okay, ist es dein Ernst? Willkommen. Alter. Oh mein Gott. What? Hey. Ah. Guck mal, wie schnell man wird, wenn man hin und her fliegt. Ah. Alter. Ich hab noch keinen Hit gesetzt, du. Nee. Was war das für eine Frage? Ja, das hätt ich ja gemerkt, wenn ich einen Hit gesetzt hätte, oder? Oh. Hä? Äh? Äh? Ah. Digga. Wuh. Nein. Lol. Nein. 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 Nein, Digga, nein. Du hättest es ziehen müssten. Digga, es war ein Headshot, das letzte, oder? Ja. Oh mein Gott, ey, wie krank das von oben aussieht. What? Boah, Junge, das sieht so krass aus von hier draußen, Alter. Holy. Schmoly. Kacka. Maka. Clown. Ne? Klackaloni. Okay, Digga, los geht's. Auf, weiter, weiter, weiter. Ah, Digga, du machst die ganze Zeit den hier, ne? Aber das ist trotzdem schwer hier. Warte, mach mal du hin und her und ich mach hier so hin und her, weißt du? Komm mal her. Hey, du hast die ganze Zeit noch die Granaten, hör auf damit. Ja, ich hab nur noch eine, die hab ich in meinen ganzen Lamas gefunden. Wo bist du? Oh, Alter, oh. Alter, da musst du da so flicken. Nein, 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 nein. Du musst übelst, du musst übelst predikten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab die ganze Zeit so 360. Ey, Digga, es ist so schwer damit zu treffen, Alter. Wo bist du? So. Alter. Es ist so schwer, Jungs, es ist so schwer, Alter. Ja, in der Luft gesniped, Digga, krank, Alter, oh mein Gott. Oh Mann. 10 AP auf jeden Fall auf meiner Seite hier, gar nicht geil an der Stelle. Alter, es sieht von oben so geil aus. Junge, 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 auf dich, Digga, 1-1, es sieht echt richtig geil aus, Leute. Ihr könnt es easy nachbauen, es macht richtig, richtig krank Spaß, wirklich. Ey, das ist Patent, aber die... Ja, stimmt, wer das nachbaut, kriegt eine Anzeige. Hallo. Trefft sich doch eh nicht. Oh, 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 weia, oh, weia. Echt, 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 echt. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Das hier tut mir leid, so, one hit. Alter, nein, das gilt nicht, das gilt nicht. Das gilt nicht, bitte. Nein, das zählt, das zählt wirklich nicht. Das gilt doch schon. Wirklich, Digga, ich habe noch nicht mehr meine Waffe gehabt. Ich habe noch 10 AP jetzt, aber komm. Ja und, ich habe... Dann ist das wieder ausgeglichen, das ist doch spannend. Was ist das aber ausgeglichen? Das waren meine 10 AP, die ich dir davor abgezogen habe. Ja, das gilt es. Das gilt es nicht. Das gilt es. Wo ist meine Waffe? Das gilt es. Okay, dann 1-1. Okay, los geht's. Ja, wir haben jetzt eh 10 AP, deswegen bist du eh gleich tot. Weißt du, ich habe... Oh, der Hitsch! Der Hitsch! Nooo! Der Hitsch, die Ansage kam, bevor ich den Headshot kassiert habe, Digga. Alter, aber jetzt habe ich wieder 10 AP. Das ist immer so ein... 10 AP, so ein... Ey, Junge, dieses Ding macht so Spaß, Leute. Sucht euch einen Automaten und ein paar Freunde. Sucht euch selber einen Automaten. Genau, das ist nämlich unser bei Lazy Links. Dürft ihn nicht anfassen. Wo bist du? Ja, aber... Double Sniper! Was? Nein. Nein, okay, das ist unfair. Das war nicht... Ey, Digga, wir müssten mal Jagdgewehr... Double... Double Jagdgewehr machen, Alter. Lass gleich noch mal Jagdgewehr holen. Das Fünftsach Jagdgewehr. Boah! Der war knapp. Boah, der war... Der war heiß, Alter. Der war heiß, Alter. Der war heiß, du. Der war heiß, du. Wuuu! Oh! Komm her. Hör auf, mich zu hauen! Hör auf! Komm her! Nein! Was? Ja! Das zählt nicht, das zählt nicht, das zählt nicht. Wahrscheinlich gebe ich ihn weg. Das zählt aber nicht, Digga, ne? Warum? Ja, Digga, weil du mir jetzt... Ey, Tobi, das war unfair. Das war wirklich unfair. Mann, wir müssten nicht wieder gleich eskadieren. Entschuldigung. Ne, Digga, denn du hier so anfängst mit deinen Waffen! Ja doch, das zählt. Komm, Scheiße, doch, egal. Ah, wo sind meine Waffen? Schiff's cool, aber... Verschescht. Ich hab auch keine Waffe. Da liegt die doch. Wo? Unter dir jetzt. Da, genau. Das ist ein Sniper. Hier, dein blaues Jagdgewehr. Nein, hier ist nichts. Hier, guck bei mir, wo ich hilf. Lol, das ist fast unsichtbar, diesen blauen Boden, Digga. Ey, hallo! Das war ein Spaß. Was? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe, Junge. Alter! Okay, Tobi, sollen wir die Arena nochmal schnell umbauen? Was willst du denn jetzt machen? Ich hab ne kranke Idee, ich hab ne kranke Idee. Warte, wir haben noch ein paar Jagdgewehre, äh, Jump-Heads gerade gefunden. Paar Jagdgewehre, hä? Jump-Gewehre. Wie warst du denn noch? Jump-Heads? Nee, Gewehre. Aber willst du in der Mitte so einen Turm machen, oder was? Ja, genau, genau, genau. Alter, du hast manchmal echt coole Ideen. Ich präsentiere den Todestower. Weil, guck mal, jetzt kann man sich nämlich hier mit, Leute. Jetzt kann man sich nämlich hier mit, kann man sich nämlich tatsächlich krassen Highgrounds kümmern. Guck mal hier, warte, wenn man so macht. So. Kann man nämlich hier richtig kranken Highgrounds bekommen. Hast du gesehen? Ja, ja. Okay, ich würde sagen, auf geht's, Digga. Ey. Weil da hat man noch ein bisschen, guck mal, sieht man noch ein bisschen. Ich bin da aus. Oh mein Gott, lol. Hallo? Ja. Ich glaube, wir müssen noch mal eine Ebene drumherum ziehen, oder? Ja. Okay, Tobi. Ich baue das jetzt kurz fertig. Es steht 3-3, Digga. Wir haben den Turm des Todes jetzt noch mit drin. Wir suchen Tobi noch schnell ein Jagdgewehr und dann geht's ins Finale. Es steht 3-3, Leute. Ich habe eins blaues. Alter. Nice, Digga. Was? In der Kiste geöffnet. Da sind wir im Doppel. Beide blauen Jagdgewehre, Leute. Ich würde sagen, let's battle begin. 3-2-1 und go, Digga. Turm des Todes. Boah. Boah. Bist du. Bist du, kräuselst du dich etwa um den Turm des Todes? Ey, Digga, oben stehen bleiben, Digga. Ja, ne, da war ich nicht achtig. Oh, hallo. Alter, es hagelt Kugeln auf dich. Kugelhagel, blei. Du tanzt gerade um den Turm, oder was? Yes. Der Hit, Alter. Nice, 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 nice. Das war schnell der Double-Hit, Alter. Das war der Double-Hit. Boah, Junge, mit zwei Jagdgewehr, das ist so geisteskranking Zähne, Alter. Junge, 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 Schwede, Alter, Junge. Oh. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Turm des Todes, 360. Und der hat's getroffen, eyse. Turm des Todes nochmal, 360. Oh. Ich hab 360 kassiert. Nein, Digga. Nein, 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 nein. Hey, hab ich den Turm des Todes einfach komplett in die Mitte gebaut? Hab ich nicht. Schade. Digga, guck mal, du kannst dich nur, guck mir mal kurz zu, du kannst dich nur mit diesen Seit, warte, guck mal, wenn du hier den Turm, du kannst dich nur mit diesen seitlichen Jump jetzt oben halten hier, zack. Ja, ja, die ganze Zeit, ne. Bin ich geladen und go. Ich hab noch nicht geladen. Du hast geladen. Hab ich nicht. Oh. Digga. Oh, shit. Den ziehen beide. Boah, Digga, das war so close, Alter. Du warst ganz so knapp. Ey. Wo bist du denn? Du stehst immer da oben ganz kurz, das ist so unfair. Ja, ich kann jetzt nicht entscheiden. Doch, kannst du. Okay. Boah, Digga, Alter, was für ein Battle hier, Junge. Wo bist du denn? Das war so knapp. Oh, der war auch knapp. Digga, ich hab meine Gewehre nie richtig durchgeladen. Das war so knapp gerade. Wo bist du denn? Am Turm des Todes. Boah. Hey, schießt du denn, Joch? Ich hab mir das ausprobiert. Man kann so voll geil hin und her zwängen. Hey, Digga, wir treffen uns nicht. Warum ist das denn immer so, Alter? Oh, hey, lol. Was? Weg von dir. Wo bist du? So. Sorry. Oh, der war knapp. Digga, die waren beide close. Die waren beide richtig close von uns beiden. Oh, Digga, ich krieg hier Epilepsie, Alter. Das ist richtig anstrengend, Junge. Hä? Der ist durch die durchgeflogen. Nee. Ich kann dich einfach irgendwann nicht wahrnehmen, Digga. Wir müssen jetzt mal andere Skins nehmen, Alter. Wir müssen rosa Skins nehmen, Junge. Das ist so anstrengend gerade für die Augen. Oh, ein Stahl-Ding ist kaputt. Alter, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's Challenge. Hä, Tobi, was ist denn? Zwei sind kaputt, zwei sind kaputt. Hör auf, die Arena kaputt zu machen. Ich mach, ich schieße, ich versuche nicht zu gehen. Junge, warum treffen wir uns denn nicht gerade? Ja, wir haben uns doch gerade, wie viel steht's? Drei, vier. Vier? Für dich. Oh, ja. No, oh mein Gott, Digga, endlich, Alter. Tobi? Der war so knapp. Tobi, ich würde sagen, auch wenn die Leute sich wahrscheinlich jetzt wieder abfacken, ist das okay für dich, wenn wir jetzt sagen, oh mein Gott, wie leid ich hier rausgekommen bin. Wenn wir jetzt hier einen Unentschieden rausmachen, Tobi, wäre das in Ordnung für dich? Natürlich. Leute, ich kann es nicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Meine Augen tun richtig weh davon. Alter, das war nicht so schwindig. Das ist tatsächlich richtig anstrengend gewesen, Leute, es tut mir leid. Ich hoffe mal, wir wollten noch ein paar davon sehen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor mit euch und macht richtig, richtig Bock. Ihr habt es gerade gesehen, Digga. Junge, 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 was für eine geile Kacke, meine Fortnite doch alles machen kann, Leute. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst unbedingt einen Daumen nach oben. Da schaut gerne beim Herrn und das ist schön vorbei. Und ich würde sagen, Leute, damit sind wir... Ey, hallo, 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 Kollege. Kollege, das muss ich sein. Kollege, ey, Kollege, Kollege. Kollege, 5 zu 4 für mich. Das habt dann wohl ich gewonnen, das Battle. Ich würde sagen, meine Freunde, das war so ein wunderschönen Video. Schaut gerne beim Handlescation vorbei. Und ja, das war's. Macht's gut. Hau da rein bis zum nächsten Mal. Ich habe gewonnen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.